der Liebe zu dir selbst zu sein. Denn das, was wir und wahrscheinlich auch du und jeder, der hier im Raum ist, mitbekommen hat in seiner Erziehung, und das ist kein Vorwurf, aber es ist ganz oft so, dass wir mitbekommen haben, du musst besser sein, du musst noch mehr geben, ja, hast du denn tatsächlich die schlechtere Note oder, oder, und tatsächlich bei vielen Menschen ist es erkennbar an der Anspannung in den Schultern, an dem, wie sie sich selbst gegenüber eingestellt sind, wenn es mal nicht so klappt mit dem Gewicht oder wenn man sowieso immer ein bisschen mit ganz kritischem Auge auf die Waage oder auf irgendwelche eventuell überflüssigen Pfunde schaut, ja, also wie viel mehr kannst du dir erlauben, in der Liebe zu dir zu sein? Denn aus der Erfahrung heraus erledigen sich dann ganz viele Themen wie von selbst. Noch ganz kurz, wie läuft unsere Sitzung heute ab? Wie gesagt, wir treffen uns circa bis Viertel nach neun hier.